. Welchem Supermodel gehört diese Schwangersilhouette? Diese XL-Barby-Kugel ist ein echter Hingucker. Die Victorias-Secret-Beautikern dieses Warnepöl und ihr verlobter Unternehmer erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. In Kürze bekommt ihr Sohn Anaka ein Geschwisterchen. Und wenn man sich den riesigen Schwangerschaftsbauch der Baute so anschaut, kann es tatsächlich nicht mehr lange dauern. Und die werdende Mama kann es wohl auch kaum noch erwarten. . Momentan urlaubt in Brasilien spaziert am Strand, plancht im Meer und scheint die letzten Tage ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. . In einem knappen Bikini setzt das Topmodel seinen Barbie-Bauch gekonnt in Szene. . Zu einem Schnappschuss, den die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schrieb sie schlicht und einfach, reif und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji. . Candice liebt es, die Entwicklung ihrer Schwangerschaft festzuhalten, erst vor knapp zwei Monaten hatte die Laufsteckschönheit Splitterfaser nackt posiert. . Mein Körper blüht auf. Der Weg zwischen dem Spirituellen und dem Körperlichen. . Sind Frauen nicht erstaunlich? Hatte sie den Beitrag damals kommentiert. .